Bullseye Mh... Dann kann er mit das nicht? Bestimmt neue. Kann man doch, also bestimmt 3D drucken oder so. Gibt doch genug so crazy shit. Ähm... Was ist das denn mit? Mh... Oh, wie können die Knoppel denn kaputt sein, wenn sie nicht da sind? Also sagst du kaputte Knoppel, dann sind sie weg. This is war. Komm mal, wir haben eine 1-0 Führung gegen Sassuolo. Let's go. Oh? 2-0. Come on! Ich höre mich mal um, ja? Ich höre mich mal um bei meinen... ...Connections. Oh, ich fühle mich mal um... ...Mh-mh. Hm-mh. Kluke hat der zweite gemacht, glaub ich, ne? Ich glaube. Hm-mh. Mh-mh. Wir hoffen mal, Rexai runter. Ich höre mich mal, Rexai runter. sicher ist sicher klug es wird ein bisschen müde aber hält noch durch glaube ich ein bisschen vielleicht schafft er sogar noch ein törchen mit einem kleinen becherchen haji ist einfach something also der hat in anfangs nur 70 aber irgendwie budet er und budet und budet und er wird eingewechselt und budet wieder es ist nicht möglich gegen es plätter eine elf meter zu treffen es ist nicht möglich ich glaube dass unser jugend spieler hier ist vom coding her ein bisschen kaputt ich habe noch gelesen gelb fuji moto elf meter nach mir oh oh glanz beraten ist mir eingefallen ach ja wir haben ja es plätter lol absolut crazy so jetzt auf klug ist fuji moto darf der hat nämlich gelb und hat eine 1 0 nare darf langer darf mir schade damit sind wir durch damit darf sich jetzt aber auch keiner mehr verletzen please come on Und wir sind wieder im Viertelfinale Letztes Jahr glaube ich im Viertelfinale gescheitert Gegen Brighton, ich glaube es war Viertelfinale Können wir das nochmal nachvollziehen Wo wir letztes Jahr ausgeschieden sind Weiß ich gar nicht Alkma verteidigt den Vorsprung gegen Aberdeen Ist weiter Würde ich vielleicht sogar nehmen als Gegner Monaco, same thing, gegen Michelin Ist weiter, muss nicht sein Brügge, gerade so weiter gegen Utrecht Würde ich vielleicht auch noch nehmen Feyenoord, verteidigt den Vorsprung Gegen Anderrecht, ist weiter Würde ich vielleicht auch noch nehmen So, jetzt wird es interessant Servet, Hinspiel, 2-1 gegen Villarreal Rückspiel 3-0 Villarreal, schade Schade, Servet ist raus Aber gut, Schreie Leverkusen Mit 4 Toren von Chloschek Besiegen sie Warschau Muss ich gleich mal was gucken Und Austria Gewinnt recht eindeutig gegen Sporting Äh, Sporting Braga Damit ergibt sich Ein Viertel Brügge, Leverkusen, Feyenoord, Austria Alkma, Villarreal Und wir dürfen gegen den AS Monaco Cool Cool Cool, cool Ähm, in der Euroleague Boah, zerlegen die Young Boys Eintracht Mit 6-1 im Rückspiel Die Young Boys gehen durch Sehr schön für die 5 Jahreswerte Was ist denn hier los? Start-Rennzer-League Rapid Wien Ist weiter Leipzig gewinnt gegen Porto Dortmund gegen Gaia Tassare Ähm, Bayern Gerade so weiter gegen Juventus Durch Paul Wanner mal 2 PSG besiegt Sporting Wenn auch nur knapp Wolfsburg besiegt Eindhoven Eindeutig Kuzi Azare besiegt Eindhoven Entschuldigung 4-0 Alle 4 Tore Kuzi Azare Ähm, Ajax Macht fast das gleiche mit Äh, soll nur das Probe Eintor macht Zerxie macht Nur 3 Ähm, Champions League Liverpool ist durch Auch wenn sie im Rückspiel verlieren Napoli ist durch Ist wieder ein Engländer raus Ne, I'm just saying Ist der mindestens der vierte Engländer Glaub ich da raus ist Ähm, Schachtjord verliert Gegen Barca Wenig überraschen, glaube ich Ähm, Arsenal kommen weiter Gegen Milan City besiegt Inter Marseille Besiegt Real Madrid Nizza besiegt Sociedad Und Salzburg besiegt Genk So, jetzt muss ich mal kurz was gucken Ähm, gut, Monarch haben wir gesehen, ne? Ähm Bayer Leberküste Okay Ich hatte jetzt kurz überlegt Ich war mir jetzt nicht sicher Ähm Welcher Landsmann Chloschig ist Ob der Ob der quasi sein Ein Team aus seinem eigenen Land Äh Im Alleingang vernichtet hat Aber Äh, nein Hat er nicht So, jetzt kommt Neuchatel Platz 5 der Liga Ähm Im Anschluss Servet Zürich Und dann erst Monaco Ähm Lass uns das mal visualisieren Okay, Servet Danach haben wir Pause Ähm Dann Grashoppers Aber wenn Dann müssen wir gegen die Grashoppers Ein bisschen schonen Und hier müssen wir schon wieder verlegen Wobei natürlich sein kann Dass hier Conference League ist Aber so immer noch besser dann I guess Aber erstmal abwarten Bisher Sind wir auch nur im Viertelfinale Ich meine Letztes Jahr sind wir auch Im Viertelfinale ausgeschieden Ähm Gibt es hier eine Vorjahrestabelle Oder so? Ne, ne Nicht Nicht in der In der Innenpokalen Glaube ich Das hätte ich nochmal geschaut Ob wir wirklich im Viertelfinale Meine Brighton war Viertelfinale Oder vielleicht sogar Achtelfinale Eins von beiden Auf jeden Fall nicht Halbfinale Da bin ich mir ziemlich sicher Da bin ich mir ziemlich sicher Ähm Sehr schön Haben weiterhin einige gut trainiert Oder sensationell sogar Irgendwer war euphorisch Ne War das Fujimoto? Ne Klukes Let's go Doch das könnte Fujimoto gewesen sein Wenn der doch euphorisch ist Bleibt der doch gerne oder? Lumina Okay Müssen wir nächstes Jahr nochmal versuchen Ich glaube das wird dieses Jahr nichts Wenn dann Wenn dann können wir sie vielleicht Nächstes Jahr überzeugen Neuschertel Danach haben wir Eine Woche Gegen Servette Ähm Oder bis wir gegen Servette spielen Ich glaube da können wir Mit der Quasi der Vollmannschaft rein Ich glaube das ist machbar 84, 81, 81 Nur rechts aus Ein bisschen Aber wenn Gora Ist er mittlerweile wieder fit? Ne Immer noch 12 Wochen Das ist einfach nur Unlucky Ne Das ist so bitter Das ist so so bitter Der für Fujimoto Weiß ich nicht ob mir das gefällt Wobei wir bisher Noch kein Mut Dieser wenig gelber rote Karten hatten Glaube ich Also so vom Gefühl her Weiß nicht ob das daran liegt Dass ich die halt Wenn Wenn ich wechsle Gerne mal auswechseln Ralf Glock mit Tonnummer 2 15. Vorlage von Lumina Das könnte Rekord werden Wir können mal die Rekorde Gleich mal durchchecken Gucken was da so Ähm Phase ist bisher Ob Lumina Äh Chancen hat auf die Meisten Vorlagen Innerhalb einer Saison Wenn es sie nicht schon hat Ganz ehrlich Bei 15 Könnte sie schon haben Rein hypothetisch 88 Wir könnten vielleicht bald mal Die 900 knacken Ich glaube machbar ist es Je nach Form und so Dann muss schon Form gut sein Aber ist möglich 2-0 Sam Klookers So muss das Ähm Jubinski Yashari Und Klookers oder Rek'Sai Nehmen Klookers runter Also wir hätten beide Nehmen können Aber einen wollte ich mir jetzt Aufheben Glaube ich Habe ich doch oder Habe ich mir einen aufgehoben Aber Sieht uns nach 3 Punkten aus Oder Vielleicht muss ich es einfach aussprechen Weil jedes Mal wenn ich sage Aber Und darüber nachdenke Ob ich sagen soll Ich dann ein Gegentor kassiere Vielleicht sollte ich es einfach aussprechen Einfach sagen Yolo Servet gewinnt Basel lässt liegen Young Boys auch Das heißt Servet bleibt Halbwegs dran Wir haben auf Basel Mittlerweile 24 Punkte Vorsprung Ähm 19 auf Servet Was wollte ich gucken Die Rekorde Die Rekorde wollte ich mal gucken Und wir können auf Servet jetzt ausbauen Letztes Spiel gegen Servet dieses Jahr Also Ne Das ist eine Lüge Wir spielen nochmal in der Super League gegen sie Ich glaube das ist schon safe Dass wir beide in die Super League gehen Würde ich jetzt behaupten Also Ist safe aber Dass wir in der Besten Sex Super League sind Aber ich glaube auch Die anderen 6 Plätze Haben wir Danach nochmal Eine Mini Liga quasi Und ich glaube Die ist auch Super League Aber halt nicht Best Six Oder wie auch immer So noch Plus 9% Glock Plus 8 Jubinski Plus 5 Jubinski aber Als Joker Auf der 10 Soll man vielleicht dazu sagen So Ähm Hier haben wir verlängert Nationalmannschaft Können wir erst nächstes Jahr Rekorde Beste Jugendspiel Das macht Schula Okay Ist halt wieder heiß ne Naja Ähm Beste Spiel unter 23 war Mahmoud Ähm Beste Spiel über 23 Jose Marquez Aber wann An was gemessen Ich hab doch Safe Spiel Na wohl mit Ah Spielerstärke Vielleicht ne Fujimoto Maybe Ist Fujimoto Noch nicht über 23 Moment Ne das 22 Klug ist Ist auch jünger Das ist ja Ja Das ist unlucky Könnte wirklich Der Beste sein Dann Also Naja Es steht da ne Wird schon auch so sein Aber Ähm Unter Mit 83 Das könnte aber auch noch geknackt werden Das könnte auch bald geknackt werden Vollgerechte Tore In einer Saison Sam Klug ist 22 Tore Letztes Jahr Das ist aber nur Ne vorletztes Jahr Das ist aber nur Liga Also ohne die Super League In einem Spiel war es Toggenburger mit 4 Ähm Hattricks bisher glaube ich Klug ist und ich glaube Toggenburger Ähm Gesamte Karriere ist Reksei mit 55 Toren Das wird aber Klug Dass sie doch bald haben Safe oder Die 55 sind aber wahrscheinlich Nur Liga ne Ja Hat noch 6 Tore woanders Klug ist Hat nur 48 Tore Insgesamt bisher Wann haben wir den gekauft 29 Na gut In den ersten beiden Saisons Ist nicht gut getroffen Bisher diese Saison Hat er schon wieder 17 Letzte Saison glaube ich Der muss aber das letzte Saison Was sind denn jetzt 31 32 Ne Ja doch Dann ist das letzte Saison Ja Das sind die ersten beiden Saisons In denen er regelmäßig trifft Ja passt Ähm Meiste Vorleger in der Saison Uwe Draugum mit 16 Könnte er schaffen Lemina Könnte er schaffen 15 hat er Ähm Emina hat Nem hat 208 Spiele Der wird auch safe Das wird auf jeden Fall Ein Hall of Fame Spieler Auch Ähm Haji Ist glaube ich safe Und Toggenburger Meier Ist Mit den meisten Verletzungen 25 Das ist das Crazy Moukoko Ist die tollste Verpflichtung Da haben wir gerade So Gewinn gemacht Zum Glück Ähm Spielerverkauf ist Ähm Mahmoud Tollste Spielverkauf der Nicht von Moukoko Spiel hat Ist unser Ähm Dolmetscher Johanoil Größter Transpfer gewinnt Natürlich Mahmoud Für 6,5 gekauft Aus der zweiten Von Uwe Und größter Transpfer Verlust Haben wir nicht So ein Ding ist das Ja So ein Ding Ähm 79 Tore 88 Punkte Weiß ich nicht Ob die Super League Mit rein zählt 88 Punkte Könnte knapp Also wenn nicht Wird es knapp Weiß nicht Ob wir das wieder schaffen 94 Tore Beste Saison Ähm Wenigstige Tore 28 Das war glaube ich Noch mit Keller Im Tor Äh Siegeserie 14 Das ist crazy Vom Siegeserie Ne Das ist wirklich crazy Das sind ich mal Nur nicht verloren Hier ist es schon Wieder vorbei Weil wir gegen Young Boys Unentschieden gespielt haben Liga lang Serie 5 Aber da waren wir Frisch in der Liga Glaub ich 23,24 Halbesieg 6,0 Ein Niederlage 0,6 Ähm 7,0 Und 0,7 Sehr schön Sehr schön Sehr sehr schön Ähm Zuschauer 12k Ist das das volle Stadion Bin ich mir nie sicher Bin ich mir nie sicher Auswärts war es gegen Die Young Boys Haben wir scheinbar ein großes Staden Na gut Sieht ja nicht so bad aus Ne Haben wir doch ein bisschen Was Ein bisschen was haben wir Schon geschafft Aber Da ist natürlich noch Luft Nach oben Natürlich Na Hör mal Ich hab gerade fast vergessen Auf die Uhr zu gucken Also wir haben es 20.16 Uhr Aber Das war gerade so Ein Einfall von Oh Gott Ist es schon 21 Uhr Nicht dass ich irgendein Spiel Hattet ich letztens Quasi verpasst Aber ich glaube Wurde das überhaupt Free TV übertragen Also doch Free TV schon Aber ich weiß nicht Ob das Ähm Nicht vielleicht ein RTL Spiel war Das könnte das Türkei Ja Türkei Niederlande glaube ich Da hab ich dann um 21.19 Uhr Irgendwann gedacht Oh Moment Jetzt läuft doch Fußball Aber hab ich dann wie gesagt Am Ende sowieso nicht geguckt Weil hier Ähm RTL und so Gibt ja wieder kein 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 Free Livestream Auf RTL Bodenlos Echt Vielleicht über Join Wenn Join auch ARD hat Ich kann nicht Ne aber wahrscheinlich Ne aber wahrscheinlich Wenn RTL RTL Plus hat Dann wird es auch nur Über RTL Plus gehen Würde ich jetzt mal vermuten So Ähm Ist das okay Eminem Möchte im Heimatland spielen Das muss man nächste Saison Aber machen Ähm Das mit dem Wettbewerb Wird halt nie was werden Aber dafür Scheint er ihm ja gut zu tun Ne Als Ersatzszene Sich so gut zu entwickeln Da scheint der Wettbewerb Ja nicht unbedingt Negativ auszufallen Ähm Dünwald Turan Stoppen vielleicht mal Yashari Weil der ein bisschen Ein bisschen müde ist Klar Haben wir danach eine Pause Aber Wir können ihn jetzt Halbzeit los Immer noch bringen We are Guck mal Leute Yes Führung ausbauen Führung ausbauen Lumina Du musst Vorlagen machen Mindestens zwei noch Zwei Null Ja Yashari Vorlage Lumina Yeah Ja Badabadu Geld für Sam Gluckus Hm Nicht so gut Nicht so schön Mach er lieber nicht Nochmal Lumina Auch Hier könnte er Gelb gesperrt werden Ne Wie viele gelbe Karten Kriegt er denn Warte Ist er In der Conference Gelb gesperrt Kann in der Liga Ist auch direkt Potentially Gelb gesperrt sein Kaczynski ist auch Halbwegs neu da drin Oder Ich meine Ich hab den noch Nicht oft gelesen Bei Servet Würde ich behaupten Ähm Gut Dann tauschen wir Lang Langner Und Dünn Valturan So So Mal wieder Ein Dreierwechsel Zur Halbzeit Haben wir schon lange Nicht mehr gemacht Wir führen 2-0 Ich sage jetzt einfach Wir können uns das erlauben Würde ich gleich Rausstellen 2-0 ist aber Gefährlich Also Das kann schnell Nach hinten losgehen Wirklich schnell Und gerade sieht es Nicht gut aus Ich korrigiere Gerade sieht es Ziemlich gut aus Sam Gluckus Vorlage Lumina Die meisten Vorlagen In einer Saison Rekord Eingestellt Überboten Eingestellt hat er Vorhin schon Neuen Rekord Aufgestellt So sollte ich es Vielleicht ausdrücken Eigentor Nare Damit ist noch Der Lupenreine Vom Tisch Dann können wir Toggi Einwechseln Vielleicht gleich Nur Dubinsky Uh Jetzt nicht noch Ein Gegentor kassieren Weil auch So ein Dog Da ist die Gelbe Für Lumina Der fehlt Nächstes Spiel Gegen Grashoppers Glaube ich Aber ist okay Dann schon Weil Lumina Für Auf jeden Fall Für das Spiel Gegen Monaco Vielleicht gar nicht So bad Kann Junior Steht Steht das Steht das Noch Auf der Kippe Sag ich mal Ben Spangenberg Wenn wir nicht wissen Wissen Also außer ich sag ihm das Also ich würde ihm das auch sagen Aber der fragt mich ja nicht Daniel Hoeneß Loads Loads Danke dir Was geht Was geht Wunderschön Welcome Was geht Ab Oder was ging Ab Er Vielen Vielen Dank Appreciate Wir Wir schicken gerne Spieler nach Hause By the way Ja Ne Muss Was muss Das muss Heißt immer so schön Moins Psycho Einen wunderschönen guten Abend wünsche ich Also auch an alle anderen die Vielleicht ein bisschen schüchterner sind Das ist aber okay Das ist okay I don't judge We don't judge Ähm So Spielgespräch Wir haben ein spielfreies nächstes Spiel Gegen Grashoppers Wir sind hier am Start Mit vielleicht Kurzer Kurzer Kontext Ein kurzer Abriss Für Alle die es interessiert Oder auch nicht Ähm Wir sind Am Start mit Vaduz Mittlerweile in Saison 8 9 Ähm Sind in der ersten Schweizer Liga Obviesly würde ich jetzt sagen Mittlerweile zumindest War ein bisschen ein Kampf Also nicht in die erste Liga zu kommen Das war okay Ähm Aber Die Krux Wer Vaduz nicht kennt Äh Spielen in dem Schweizer Liga System Wie es viele Vereine Äh Tun Also Logischerweise Weil Schweizer und so Aber Vaduz ist in Lichtenstein Mit viele Vereine Meinte ich auch Viele Vereine aus Lichtenstein Oder eigentlich alle Vereine aus Lichtenstein Die in dem Ligensystem Spielen in der Schweiz Ähm Das Trickier Daran ist Dass Man sich als Lichtensteinisches Team Nicht über die Liga Für das internationale Geschäft Qualifizieren kann Das heißt Selbst wenn ich die Liga gewinne Die Schweizer Liga Was ich schon Dreimal jetzt glaube ich getan habe Qualifiziere ich mich nicht für die Champions League Mein einziger Weg in das internationale Geschäft Ist der Lichtensteinische Pokal Denn wir spielen auch nicht im Schweizer Pokal Sondern im Lichtensteinischen Das ist der einzige Wettbewerb den Lichtenstein hat Ähm Über den können wir uns qualifizieren Wenn wir den gewinnen Gehen wir in die Conference League Quali Und das ist der einzige Weg in das internationale Geschäft Somit ist der einzige Weg in die Champions League Lichtenstein Cup gewinnen Conference League gewinnen Euro League gewinnen Und dann in die Champions League Und das ist so ein bisschen Eins der Ziele Zusätzlich haben wir die Nationalmannschaft von Lichtenstein Also ein bisschen Building a Nation Mit dazu Wir sind Wir versuchen Alle Fußballer des Monats Wahlen zu umgehen Aktiv Ähm Wir werden denn Grundsätzlich nicht Fußballer des Monats Egal wie gut wir spielen Ähm Wir haben 22 Punkte Vorsprung gerade in der Liga Wir haben trotzdem keine Fußballer des Monats Never Ever Also Ich glaube hier da hatten wir mal einen Aber Das ist schon die große Ausnahme Geht das denn im FM Diese Regulierung Dass man nur Lichtenstein Cup spielt Und auch Nicht durch die Liga qualifiziert ist und so weiter Ja Ähm Ich hab das Ähm Auf TikTok glaube ich aufgeschnappt Ähm Von Ich glaube dem Football Manager Also dem Dem Sega Manager Content Creator Wie auch immer Streamer Und war mir dann auch nicht sicher Ähm Wir hatten überlegt was das nächste Projekt wird Das hat mich gereizt Ähm Schon allein weil Mit Lichtenstein dann auch noch Äh Eine Nation hat die man ein bisschen aufbauen kann Weil ja da noch Viel Luft nach oben ist Also natürlich auch da Eine EM In der WM ist äh Natürlich Ziel Zumindest mal mitzuspielen überhaupt Das ist erstmal ein großes Ziel Äh Sich zu qualifizieren Äh Wir Kriegen immer schon mal Punkte in den Quali-Phase Ich glaube wir haben Vierter oder so in der EM-Quali-Gruppe Ähm Haben unter anderem den Sieg gegen die Niederlande eingefahren Wahrscheinlich den größten bisher für Lichtenstein Ähm Also auch da ist Fortschritt zu sehen Wenn wir auch noch nicht am Ziel angekommen sind Ähm Aber auch Indien hat zum Beispiel eine Regelung Dass nur so und so viele Ähm Ausländer auf dem Platz stehen dürfen Also es müssen glaube ich mindestens sechs Inder oder so Äh Auf dem Platz stehen Ansonsten wird das Spiel abgebrochen Wenn man aus Versehen Den Ausländern zu viel einwechselt Wird das 3-0 für den Gegner gewertet Haben wir herausgefunden Gibt es in der Schweiz auch Man darf glaube ich maximal Drei Spieler Oder vier Vielleicht auch fünf Ich bin mir nicht sicher Manchmal hatte ich das Gefühl Dass sich die Die Zahl ändert Ähm Ähm Wir haben mittlerweile nur noch drei hier Das kann passieren Das kann passieren Vielleicht für die nicht so an Und gut Mittlerweile gibt es viele gute Lichtenschreiter Dank uns Ähm Die Namen ändern Sola Line Prestige geschuldet Ähm Ist natürlich immer die Frage Ist immer fraglich Wie lange Spieler Wie lange wir Spieler wirklich halten können Bevor die dann sagen Hey Ich will gehen Fujimoto zum Beispiel Ähm Ist ein Wackelkandidat Er will aktuell sagen Äh Er sagt aktuell Er will den Verein verlassen Hat Vertragsende Am Ende nächste Saison Also werden wir uns das Im Sommer angucken Wenn das wirklich so ist Dann werden wir ihn leider verkaufen Und gleiches gilt Für Noah Lemina Der mittlerweile fünf Jahre bei uns ist glaube ich 200 Spiele gemacht 63 Tore Ähm Hat gerade den neuen Rekord aufgestellt Für die meisten Vorlagen in einer Saison Kann er natürlich noch weiter ausbauen Die Saison ist nicht vorbei Ähm Aber demnach habe ich das ein bisschen verzögert Zu sagen Hey Äh Ne Und natürlich Bis wir einen Jugendspieler haben Bei dem auch absehbar ist Dass der auch langfristig im Team bleiben wird Wenn wir jetzt natürlich irgendein Siebener Äh Als wir damals in der zweiten Liga Noch wahrgenommen hätten Ja Vielleicht spielt er dann in der ersten Liga Gar nicht mehr bei uns Weil Da halt nicht mehr gut genug ist Oder so Aber Wie gesagt Bünderweil ist das eröffnet Ähm Heung Sundok ist dementsprechend Von einem Zuschauer übernommen Ähm Und äh Bild und Namen Entsprechend angepasst Deswegen das Bild von Heung Minson War eine sehr ausführliche Geschichte Um zu sagen Ja das ist ein Bild von Heung Minson Oder Ich glaube Es tut mir leid Vielleicht bin ich abgeschweift Grashoppers Zürich Wir Wir stehen vor dem Spiel Gegen Monaco Natürlich Müssen wir jetzt vielleicht In der Liga nicht jeden Sieg holen Aber Dennoch wäre es natürlich schön Gerade was Moral Und Und Form Und so angeht Um vielleicht Äh Ein bisschen Form aufzubauen Fürs Spiel gegen Monaco Weil ich glaube Monaco würde jetzt nicht so easy werden Monaco Äh Ist unser Gegner im Viertelfinale Der Conference League Aber Bisher sieht das so aus Als hätten wir da nicht so viel Interesse dran Jetzt hier noch Irgendwie einen Aufriss zu machen Ähm Ja Vielleicht Haji Gesundheit Ähm Der ist immer für ein Tor gut Auch von der Bank Oder gerade von der Bank Startet ja in Nur noch in den seltensten Fällen Ist leider ein bisschen zu alt geworden Wir müssen vielleicht langsam mal einen Anschluss treffen Schießen Sonst wird das nichts mehr So viel kann ich sagen Ich glaube langsam ist es ein bisschen spät Das ist bitter Das ist die erste Niederlage seit langem glaube ich Also wirklich langem Schade Schade Marmelade Die Frage Servet punktet Also verlieren wir ein bisschen Vorsprung Wir haben nur noch 19 Punkte Vorsprung Das war die dritte Niederlage der Saison Das ist sehr sehr schade Servet 10 Unentschieden Ja gut die haben allein glaube ich 5 in Folge gehabt Die haben eine Serie von 4 oder 5 Unentschieden in Folge gehabt Absolute crazy Sydney Ich habe noch gesagt Es wird Zeit dass er wechselt Das war unser erster Unser erstes halbwegs gutes Talent Damals noch in der zweiten Liga Wir haben ihn dann verkauft Weil er Ne Hat schwieriges Unschwache Nerven Ähm Haben Kassiert 3,6 Millionen von Mechelen War für uns damals viel Geld Dann hat er sich bei Mechelen echt gut gemacht Mit Leule 84 Ist auch immer noch Torwart von Lichtenstein Da kommt nicht mal unser Espeletta bisher vorbei Das wird sich aber hoffentlich noch ändern Und Ähm Wechsel jetzt endlich zu Frankfurt Aber wie ich mir das so angucke Ist das ein Schnapper ne 20 Mio Hat schon 21 Mio Marktwert Ich glaube das ist ein guter Get von Frankfurt Und Valery geht von PSG zu Servet Servet legt auch mal gut nach Marius Wolf aus der zweiten von Dortmund Geht da zu Magdeburg Kann man auch mal so machen Natürlich hat einige Spieler mittlerweile sehr sehr alt Wir sind im Jahr 2032 Aber Ähm Ja ne Ja unter anderem deswegen war tatsächlich nie abgesehen Dass der langfristig bleibt Wir haben ihn Kann sein dass er zwei Saisons oder so im Tor stand Ähm Aber Als sich dann die Möglichkeit geboten hat Und oder wir ein gutes Angebot Ich weiß gar nicht mehr warum Genau wie ihn dann verkauft haben Als wir ihn verkauft haben Ähm Aber Also es war immer der Plan Den dann irgendwann mal für Geld zu verkaufen Also Für was auch sonst Einfach schon Schon allein wegen dem schwierig Trade Macht sich zwar trotzdem gut scheinbar Aber Das Schwierige soll jetzt nicht mehr unser Problem sein Auch wenn man natürlich jetzt sagen kann Ja gut hätten wir ihn länger spielen lassen Vielleicht hätten wir mehr Geld für ihn bekommen Ja Hätte er die Fahrradkette Ich glaube wir fahren mit Espeleta ganz gut Und hatten auch Keller zwischendurch Ähm Der hat auch gute Leistung für uns gebracht Hier Espeleta ist ja Erst 18 Der steht seit dem er 16 ist glaube ich bei uns Jetzt in der ersten Mannschaft im Tor Weil der dann auch aus der Jugend rauskommt Mit einer echt guten Stärke Hab mittlerweile eine Grundstärke von 79 Ähm Da ist The sky is the limit Wie es immer so schön heißt Ne So ne Angebot für Halachi Nein Ich sehe aus Ich möchte gerade im April Ähm Beschließen meinen Kader zu Auszudünnen Ich glaube nein Unser Entweder das ist das zweite Viertelfinale Oder das erste Wenn wir weiter kommen Ist es definitiv der beste Ähm Euroleague Run Ich glaube wir können nicht sehen In welcher Runde Wir letztlich aus der Euro Äh Conference League Entschuldigung Aus der Conference League rausgeflogen sind Wir sind gegen Brighton rausgeflogen So viel kann ich sagen Brighton And Hove Albion Gegen die hatten wir in der In der Gruppe noch Da muss es dann Ne Da muss es aber das Viertelfinale sein Oder Es ist die Zwischenrunde dazwischen Durch diese Brighton durchgegangen Aber ich gehe trotzdem davon aus Dass wir sie dann nicht im Achtelfinale hätten bekommen können Weil wir in der selben Gruppe waren Auch wenn dazwischen eine Runde ist Glaube ich nicht dass das die Regelung aushebelt Äh Dass im Achtelfinale Man nicht gegen das Team aus der gleichen Gruppe Äh Treffen kann Dann weiß ich zwar nicht mehr Gegen wen wir im Achtelfinale gespielt haben Aber dass wir im Viertelfinale Gegen Brighton rausgeflogen So war das Ähm Also wenn wir jetzt gegen Monaco Weiterkommen würden Rein hypothetisch Nur hypothetisch Ich möchte es nicht jinxen Ähm Dann wäre das unser bester Conference League Run Jetzt So Demnach Wir spielen Auswärtsweise zuerst zu Hause Wir spielen fast immer zuerst auswärts Und spielen dann Auch fast immer unentschieden Monaco kommen in der 840 Didier Deschamps Ist Trainer Ich würde sagen Das ist machbar Also Ist kein Selbstläufer Ist alles Everything but easy Aber ist machbar Gelbe Karte auf beider Seite Kolumba Unser Rechtsverteidiger Stürmer für Monaco Bei uns vielleicht ein bisschen gefährlicher Beim Rechtsverteidiger Ralf Glock Was macht er jetzt für Tore die ganze Zeit Ralf Glock schon das Dritte oder vierte Tore Die letzten Sagen wir mal 10 Spiele 2-0 Linus Langner ZM Unsere Stürmer wollen nicht Aber ist egal Wir führen 2-0 Come on 44 Minuten Psychologisch ungünstiger Zeitpunkt Gegen Monaco Das Ding zu halten Wäre schon prima Mit dem 2-0 In das Rückspiel Ist Ein mehr als solider Start Glaube ich Und eine sehr sehr gute Ausgangslage Aber noch haben wir 45 Minuten So nämlich Yusuf Fofana Fofana Lesen kann ich Ich dachte vielleicht Mit der Swift Reply Das Ding direkt wieder drehen Wäre natürlich schön gewesen So wir nehmen so ein Dog runter Wird ein bisschen müde Jubinski kommt Bringen wir frische Beine in den Infernen Ich weiß es nicht Genauso wie die gelbe Karte für Colombo Ignorieren wir die Oder tun wir es nicht Wir geben uns erst mal noch 5 Minuten Dann gucken wir uns das gleich nochmal an Das waren 7 Okay Fujimoto geht runter Fitness technisch langsam grenzfertig Turan geht runter Dafür bringen wir Eminem Und wir bringen Toggi Toggi Toggenburger Immer gut für ein Last-Minute-Thor Vielleicht können wir nochmal auf 3-1 erhöhen Wäre natürlich Premium Aber auch ein 2-1-Sieg Ein Sieg ist ein Sieg Dann würde uns Wäre in der Hinsicht schon mal erleichtert Dass es uns ein Unentschied im Rückspiel reichen könnte Dann würde uns Puh Hatte kurzum Angst Dass die in der Nachspielzeit Jetzt das Ding noch ausgleichen 2-1-Hinspiel Sieg gegen Monaco Da nehmen wir aber sofort mit Brügge gewinnt 1-0 Gegen Leverkusen Also ich lehne mich jetzt mal Weit aus dem Fenster Also ich mache mal ganz viel Hätte, wäre, wenn und aber Potenziell ist das gut Für eine Halbfinalbegegnung Wenn Leverkusen raus ist Villareal führt nur 1-0 gegen Alkmaar Haben aber auch gegen Servet Sowieso schon eine Niederlage gedreht Also ich glaube mit dem 1-0 Könnten die durchaus noch hier weiterkommen In der Euroleague Da sind ja die Youngboys noch vertreten Haben die Bayern Boah, das ist aber auch ein toughes Los Aber nur 2-1 verloren im Hinspiel Da ist noch, theoretisch ist noch was drin Für die Youngboys Ich meine, die haben Frankfurt 6-1 im Rückspiel vernichtet Ich weiß nicht wie, aber die haben es getan 3-0 für Wolfsburg 3-1 für PSG Und 2-0 für Leipzig Champions League Barca gewinnt 2-0 gegen Nizza City 5-1 Was ist denn? Luis Miley Wo kommt denn der her? Neapel 1 Äh, Neapel Liverpool 1 gegen Arsenal Ich war mit den Augen noch hier oben Und Marseille Salzburg Das ist ein Champions League Viertelfinale Nix gegen Marseille oder Salzburg Ich habe es einfach nur mal so in den Raum geworfen So, Schaffhausen an Monaco Ich Lehme mich jetzt mal aus dem Fenster Wir machen jetzt mal einen Move Der risky sein könnte Aber auch funktionieren kann Ähm Potenziell kann das ein bisschen Mecker mit sich bringen Aber auch das werden wir überstehen Wenn es denn so wäre Wir gehen hier mit der kompletten Zweiten Garde rein Schonen also Unsere komplette Stammelf Und Außer Espelette Torwart Torch lohnen Äh, Schonen lohnt sich nicht Ähm Und gucken mal was dabei rauskommt Ne, Sam Klug ist nicht mehr mit Könnte reichen für Schaffhausen Natürlich ist das ein geschwächter Karte jetzt Aber mit 816 stehen wir schon Trotzdem nicht so schlecht da glaube ich Ähm Und dann können wir aber voll gestärkt Gegen Monaco rein Vielleicht als Mannschaft gestärkt In der Motivation Wenn wir vielleicht trotzdem gegen Schaffhausen gewinnen Eventuell können wir ja ein, zwei Leute Von der Bank bringen Wenn es für, keine Ahnung Sollten wir irgendwie einen Kanters League schaffen Und 4-0 zur 60. führen Können wir vielleicht trotzdem noch Kluges einwechseln Wenn der Staubt ein paar Tode abmacht Äh, holt sich eine gute Benotung Irgendwie sowas Ähm Ist ein bisschen risky So halbwegs Aber ist, ist machbar Das sind nur Kleinigkeiten Äh, Emine möchte weiter in die Heimat Das müssen wir nächste Saison machen Die Motore möchte Spielmacher sein Meckere jetzt aber auch nur Weil er gerade Ja nicht aufgestellt ist Stammspieler Gut, das Das ist genau das Problem Was ich meinte Äh, potenziell Mecker Ähm, dass natürlich da die Ratio An Spielzeit wieder runter geht Wenn die jetzt alle auf der Bank starten Rote Karte für Schaffhausen Und das ist, das ist Potenziell schwierig für uns Wir wissen wie das bei FM läuft Wenn die Gegner Platzverweis kriegen Nando Toggenburger Erhöht auf 11 Tore Geht da ein Lupenreiner heute? Ist da ein Lupenreiner drin? Welch, ich wünsche dir Gute Besserung Falls, falls das noch machbar ist Mit dem Knie Ich hoffe, dass die Schmerzen besser werden Sagen wir mal so Ähm, auch wenn das Knie vielleicht Nicht besser wird Mach's gut Danke dir für's vorbeischauen Und äh Schon mal ne gute Nacht Und viel Spaß beim Fußball So viel Zu der Überzahl Ne? Kräuchy Ich sag dazu nix Ich sag da nix zu Ich enthalte mich 2-0 So muss das Toggi Haji Gesundheit Toggenburger Mit der Vorlage Merlin Zauber das 2-0 Zur Halbzeit Yes Aber gut Kräuchy mit der roten Karte Ist jetzt nicht so wild Selbst wenn der für 5 Spiele Gesperrt werden sollte Weil wir Kräuchy mittlerweile Wirklich selten dabei haben Auch wenn's schade ist Kräuchy ist ein bisschen OG Aber so viel Spielzeit Kriegt er meistens nicht mehr Leider So Jetzt bringen wir Lasst mir nochmal Klukes Wir bringen Was ist denn da los? Wo kommt der her? So ein Dog? Aber gar nicht für Emini Für Dubinsky Und wir bringen Lumina Vielleicht können die noch Ein Tor hier oder da Abstauben Oder zumindest Einer von denen Wäre Wäre schön Komm mal Leute Die Richtung ist gut Runde In Eckiges Und so Geht doch das Spiel Come on Soll nicht sein Ich glaube Es soll nicht sein Lumina hat schon 7 Ecken Gestredner oder so Aber keine Ist in einem Tor gemündet Sonntag Vorlage Sam Klukes Yes Kam die echt zu spät Für eine Minute Und das Anlage Vor allem kam die Ne 72 Anlage Ne 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 Aber nehmen wir so mit Damit Servette lässt nicht liegen Wir behalten den Vorsprung Von 19 Punkten Pferro mittlerweile Bei 22 Toren Das ist der Das Tally Von Klukes Aus dem letzten Jahr Also könnt ihr den quasi Überbieten Aber Klukes Könnt ihr daher auch noch Mitspielen Callum Doyle Zu Chelsea Für 47 Millionen Solide Solide IEV Ein bisschen Erfahrung Tatsächlich war auch schon bei City Geht zu Chelsea jetzt City Sunderland Gut das wird dann alles Line Coventry Leicester Wurde dann zu Napoli Verkauft Und jetzt Zurück in die Prem Napoli Eine Million Verlust gemacht Aber wie lange war der da Fünf Jahre Ich glaube das ist okay Ich glaube Napoli Ist da fein mit Bin ich ehrlich Grob durch Vertrag Situation Unzufrieden Der Vertrag Wird auslaufen Gehe ich davon aus Ein Jungspiel entdeckt Ariel Die Meerjungfrau Naja Naja Geh schwimmen Digga Schade Hätte ich gefeiert Wenn Ariel gut gewesen wäre Sache schwer ist So ein Zehner Der Ariel heißt Ich weiß nicht Ob ich mich da Zurückhalten hätte Können das Spielerbild zu ändern Weiß nicht Ob das möglich Gewesen wäre Jonathan Ernst Victor Wieder Portugies Aber auch zwei Italiener Drei Kommen die denn Die alle her Plötzlich Italienische Woche Oder was Antonio Romano Matteo Vitam Matteo Rossini Das ist der andere Göstet steht aber auch gut aus 64 und das aus der B Boah Ist auch schon Premium Können wir vielleicht auch verleihen Ist ein halber Wie heißt der denn Shiny Shiny heißt der andere Können wir uns mal überlegen So wir haben jetzt das Hinspiel gewonnen Gegen Monaco Das heißt wir haben die Siegprämie Ausgecashed Das heißt Es gibt es wieder nur 2,5 Columbus gelb gesperrt Kräuchel muss ran Hätte ich auf dem Schirm haben können Dann hätte ich vielleicht Columbus doch in der Liga gespielt Ich meine am Ende Für den Sieg hat es trotzdem gereicht Das war jetzt nicht so schlimm Aber Ja 2,5 Sehr schön Jugend wird nochmal ausgemistet Anscheinend haben wir genau den Tag zwischen den beiden Spielen erwischt Spielegespräch machen wir natürlich erst am Wochenende Also beim Spiel gegen Luzern Da ist dann halt die Frage wirklich Das werden wir dann gleich sehen Jetzt könnte der Spielplan dann echt tough werden Das ist ein bisschen problematisch in der Schweiz Der Spielplan ist ein bisschen suboptimal Aber es könnte jetzt richtig wild werden Sundog mit 84 Fitness wird er aushalten Fujimoto wird es auch aushalten Kräuchel und Fujimoto aber beide nur in der Form von 7 Kommt mal Leute Und ein Unentschieden würde uns reichen Natürlich wollen wir jetzt nicht auf 0-0 spielen Also irgendwie eine Führung wäre trotzdem schön So quasi eine Situation In der wir uns vielleicht Elfmeter Für Monaco Aber wir haben Espelette am Tor Nevermind Also haben wir schon Aber Eine Führung wäre halt gut Weil wir dann zumindest in der Situation sind Wo wir uns theoretisch Tore Gegen Tore erlauben könnten Auch dann wollen wir das natürlich nicht Aber Aktuell ist Verlängerung Noch ist alles Okay Wir stehen jetzt unentschieden Aber jetzt müssen wir uns halt zusammenreißen Jetzt nicht noch mehr gegen Tore kassieren Kommt mal Leute Können wir das Spiel hier ausgleichen 2-0 Monaco 31. Minute Ähnlich wie das Hinspiel glaube ich Monaco hat kurz nach der Halbzeit den Anschluss gemacht Kein 3-0 bitte 2-1 Sam Kluckers Come on Wichtig Sehr sehr wichtig Schau mal Wir haben mit 43-44 getroffen oder so Psychologisch ungünstiger Zeitpunkt war das ja Fujimoto spielt ein gutes Spiel Wir lassen ja erstmal drauf Hinten scheint es Halbwegs gut zu laufen Auch wenn wir schon 2 Tore kassiert haben Ausgleich wäre trotzdem Sehr sehr nice Come on Leute Come on Wir bringen Toggi Wir bringen Juniorze Ich möchte Amenda ist eigentlich nicht einwechseln gerade In der Verlängerung werden wir es aber müssen Gehe ich davon aus Wir spielen mal so ein paar Ein bisschen weiter noch Ja Schari ist verletzt Wir haben ja nur ein ZM dabei Beginnen die Verlängerung Gelb für Kreuchi Puh Bringen wir es offensiv oder Boah Haben wir Haben wir irgendwer in der sehr gute Enemmeternis Einfach nur so Rein hypothetisch 59 Ähm Ne Wobei der mit 59 Gar nicht so schlecht ist Ne AG Ist ein Rek'Sai Ist Rek'Sai besser? Rek'Sai ist schlechter Dann machen wir den Wechsel Weil dann ist das auch Trotzdem sinnvoll Wegen Fitness und so Aber auch aufs Elfmeterschießen gesehen Potenziell Potenziell sind von 58 Hier Jubinski hätte 50 Wäre Elfmetertechnisch schlechter Dann Kommt Fujimoto runter Weil müde Weil sehr müde Wir stellen ein bisschen runter Scheint Richtung Elfmeterschießen zu gehen Ja Kann Espelette Nochmal Elfmeter Hero werden Wir stellen Eminem auf die 4 Der Rest ist ok so Come on Monaco fängt an Verschießt Espelette nicht gehalten Aber wieder Treffen die den Elfmeter Gegen uns nicht Können wir treffen Togi Come on Wir führen Wichtig 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 Wir müssen eigentlich treffen jetzt Wir sind jetzt ultimativ im Zugzwang Monaco trifft Cesar Montes Komm mal Leute Haji Glaube ich Ne Kreuchi Dann müsste Haji im Anschluss kommen Haji und dann Eminem Haji Eminem Sundok Glaube ich Monaco trifft Come on Haji Mr. Gesundheit Be the one Oh no Oh no Espelette Kann uns nochmal retten Raikovic Verwandelt den Elfmeter Der Keeper Eminem Bitte enttäusch uns nicht Bitte Yes So Dann jetzt Espelette Und dann Sundok Es wäre so perfekt Come on Espelette Come on Bitte Sundok Ist jetzt ein bisschen Unter Zugzwang Ein bisschen unter Golovin Macht den Fünften Wird man bei der Erfahrung Aber auch erwarten Um ehrlich zu sein Come on Yes Ich weiß nicht Wer jetzt schießt Bin ich ehrlich Julio Rze Maybe Langner Weiß ich nicht Werden wir sehen Espelette Erhält jetzt erstmal So ein Ding Oliver Rennen Hat den nicht Auch in der regulären Spielzeit getroffen Ich glaube Der hat eins der beiden Tore gemacht Ralf Glock Oh Gott Oh Gott Oh Gott Don't do this to me Warum Balogun Balogun Oh Gott Ich bin ehrlich Ich habe langsam kein gutes Gefühl mehr Holy shit Leni Meier Macht Elfmeter Nummer 7 Espeletta Espelette Hol einen raus Irgendwo Monaco Also gut Es hat aber kein Keeper Bisher gehalten Das eine war verschossen Und bei uns war Pfosten Aber trotzdem Oh Gott Linus Langner Wir fehlten jetzt noch Amender Amender Espelette Selbst glaube ich Sind die beiden Die noch fehlen Und Julio Rze Julio Rze fehlt noch Kevin Danso Werden wir gleich auch nochmal sehen Also in echt hier EM und so Degga Wie viele Junio Rze Es steht 10, 9 Amender Und Espelette Sehen das noch übrig Danach Würde es wieder von vorne losgehen Kamera verschießt Come on Wenn jetzt Espeletta den macht Amender macht ihn 10, 10 Nach Elfmeter schießen Im 10 Elfmeter Das Ding Boah Wir sind weiter Halbfinale Brügge ist weiter Feyenoord ist weiter Und Villarreal Wir kriegen Bitte Brücke Wir kriegen Feyenoord Das ist machbar Das ist machbar Das ist machbar Das ist machbar Leute EuroLeague Bayern 2x2 gegen die Young Boys GG an die Young Boys Trotzdem Ich glaube das ist ein guter Try gewesen Wolfsburg gewinnt gegen Ajax PSG kommt weiter gegen Sadren Surprise Und Leipzig 5 zu 4 gegen Dortmund Enge Kiste Und damit Aber EuroLeague Sehr deutschlandlastig Leipzig Wolfsburg und Bayern gegen PSG Champions League Barca kommt weiter gegen Nizza Obwohl die das Rückspiel verlieren City kommt weiter gegen Napoli Wieder 2x Haaland Arsenal zerlegt Liverpool im Rückspiel Kommt weiter und Marseille besiegt Salzburg im Rückspiel 3-0 ist auch durch Damit heißt es Arsenal Barcelona Marseille City Wir könnten ein englisches Finale haben in der Champions League Wir könnten ein deutsches Finale in der EuroLeague haben In der Conference League glaube ich Sind da noch zwei gleiche Nationen vertreten Ne Spanien, Belgien Niederlande und Schweiz Aber keine von denen sind in den anderen beiden Pokalen noch vertreten glaube ich Ne Hier haben wir nämlich Frankreich noch mit dabei und in der Champions League haben wir doch Spanien Barca mit Spanien Frankreich sind in zwei Wettbewerben und Spanien noch im Halbfinale So Wo ist noch die ZDF noch? Glaube ich